Irgendwie hört sich das halt zu motivieren an. Das ist halt zu motivieren dann. Ah, jetzt hab ich mir gedacht, jetzt kriegen wir vielleicht eine neue Information. Nein, eigentlich eine Mission. So eingeblendet oder so. Jetzt links, naja, hat irgendwie was anblendet gesehen. Ab da, wo er das dann gesagt hätte. Oder genau dann, wie er das gesagt hätte, muss genau aufgehört mit dem Anblenden. Das kann auch sein. Aber wenn, dann sind wir das sowieso auf der Karte da. Das sollte jetzt nicht so tragisch sein. Das ist sogar besiedelt. Ah, von die Reaper. Interessant. Der so normalerweise komplett zukifft. Sollte das eh nicht merken. Das große Erwachen hat. Wir sind ein Geist. Tschüss. Sollte das. Machen wir gleich mal den hier. Wenn wir schon da oben sind, dann machen wir gleich alles. Weil die werden das sonst der Freiwillige sicher nicht abmodieren. Was war das? Komm her und find sie raus, Digi. Komm her und find sie raus. Ja, wir haben wieder eine Fertigkeit. Ne Moin. Stier Lauf. Machen wir es ein bisserl interessanter. Tja. Haha. Das ist ein Schreck jetzt. Weg mit dem. Oh, das ganze kann man gut gehen. Ähm. Von da oben oder wo ist? Oh, wie jetzt. Von da oben. Hm, lieb. Passt. 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 Ui. Zeig dich. Zeig dich, der Wichser. Hau rein. Ui. Wir sind immer gleich mit. Oh, ist perfekt. Da ist der. Und ich hoffe, das war der letzte Spasti von euch. Schauen wir, dass wir da hochkommen. Ja, schaut schon gut aus. Oder nicht. Oder nicht. Oder nicht. Aber vielleicht. Ja, ne, schau da von hinten. Passt. Äh, das sollte man vielleicht bei dem da auch vorbeischauen. Bei dem da. Bei dem da. Sonst. Da ist nix. Oh ja. Da ist wieder was. Einmal weniger. Okay. Da ist auch nix. Da bauen wir mal den Treibstoff. Da ist auch nix mehr. Und wie schaut es bei dem Ding aus? Haben wir da wieder was oder nicht? Ja, da haben wir eh wieder was. Tschüss. Weg damit. Weg damit. Eindeutig zu viel Munition. Yes. Oh, mach ich da. Was? Jetzt brauchen wir nur mal ein bissl am Tank. Dann können wir schon weitermachen. Schee. Lange habe ich ja Ruhe gehabt. Alles denk ich schön. Und Wiederschauen. Danke, dass ihr uns herzlichst besucht habt. Malerweise brauchen wir da fix einen Tank. So wie die. Oh, 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 oh. Fix nicht. Davon ist das ganze Zeug zu gut. Da war's. Na schau. Oh, wenn's unbedingt mal eine schon wüsste. Ja, meine Güte. Wie langweilig. Na, fix nicht. Hm. Ich bin gespannt, was wir da alles so drin finden werden. Scheine eh viel. Kaputt. Aber diesmal wissen wir was zu tun ist. Wieso wüsste ich das wenigstens. Verdammter Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Wegen Borussen, Alter. Okay. Ein Strom. Ach, Scheiße. Interessant. Okay. Da fuhren. Ja, ja. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Waren das alle? Ja. Verdammt. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Und alle schleichen sich immer wieder. Passt. Hey, 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 hey. Du hat uns schön zu viel gesoffen. Das hat jeder gesehen. Du hat uns schön zu viel gesoffen. Okay. Ich sehe es schon. Du hast bloß, dass es nicht nur was auf vorne dabei ist. Oh, noch ein Nero-Injektor. Gut. Und? Wieder Ausdauer. Ah, ne, ja, okay. Ja, Leistung verbessert. Ja, jetzt haben wir was auf Maxi. Wie? Ich fühle mich schon viel stärker. Und sogar ein bisschen mehr vom Ende der Welt anschauen. Interessant. Mann, bin ich kaputt. Hab ich irgendwas verpasst? Ja, du würdest es nicht glauben. Heute Morgen kam hier ein gottverdammter Pilgerzug durch. Ein was? Wovon redest du da? So ein Scheißkult. Halbnackt, rasierte Köpfe, einige ziemlich übel verletzt. Kam mit einem ganzen Konvoi aus Hippie-Bussen und Transportern hier durch. Ach, scheiße. Diese Clowns hab ich gesehen. Sie haben einen Haufen missgerufen und sowas wie... Steig ihn ab, sei frei und folge dem Weg und so ein Scheiß... Ich schaue noch ganz kurz. Das interessiert mich jetzt voll. Kann das sein? Okay, wir haben da noch... Okay, du bist jetzt in Sicherheit. Da haben wir noch, 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 da haben wir noch. Okay, wir haben da sowieso da noch... Reichlich viele Missionen noch vor uns. Okay, ja. Ja, definitiv. Okay, da werden wir anscheinend noch 100% wollen machen müssen. Das ist doch alles schon. Das ist aber nur 50. Das ist interessant. Ich glaube jedenfalls zumindest mit diesem Ende der Welt oder so, kann es doch vielleicht sein, dass wir da alles machen müssen. Und dann erst, kann es sein, so wie bei Batman Arkham, dass du wirklich alles erst machen musstest, damit du dann auch wirklich das wahre Ende kennenlernst. Ich glaube auf sowas kommt es hinaus. Ich glaube auf sowas kommt es wirklich hinaus, dass wir da wirklich überall 100% bei jeder Geschichte haben. Ich habe aber schon mal gespannt. Ich glaube auf sowas machen tun wir sowieso alles, ob man sich jetzt, das früh oder später widmen, wieder in die Wurzeln. So, da haben wir ja sowieso mal die Ohrens mit der Nase zieht in der Mitte sein. Abliefern, wiii, haben wir eh wieder. Wir sind fast nicht ausgängig. Ja, Busa und ich wollten eine Zeit lang runter zum Lost Lake einfach mal einen Tapeten wegstellen, weißt du? Und, ähm, kommt ihr irgendwann zurück? Wolltet ihr nicht nach Norden? Ja, das war der Plan, äh. Ich mein, das ist der Plan. Wir müssen nur noch ein paar Sachen erledigen. Wie auch immer. Hey. Wollte sie dich. Wollte sie dich. Basta, dann hebe ich mal klar mal die restlichen Sachen auf, weil wir noch mal wieder genug hergeben. Jetzt ja nicht. Da können wir sowieso nix. Aber dafür könnte man gute Waffen kaufen. Ich hoffe mal, ich hoffe mal, da gibt's gute Waffen. Ich hoffe's mal zumindest. Wie läuft's? Das hier weiß, ist die. Äh, aha. Aha. Guter Schuss. Wie wird dir gefallen? Ah, wie soll das sonst? Ja, Präzision, aber Schaden, Schaden, Schaden. Hallo, Schaden. Sonst. Oh Gott, passt. Immerhin. Immerhin. Aber die gibt's ja dann sowieso wieder an Mission, gell? Ja, la fixa. Oh Gott. Ja.